Leute, wo sind wir hier? Und was erwartet mich hier? 15 Minuten vom Flughafen entfernt. 2 Minuten zu Fuss zu der Limmat. In 7 Minuten, mitten im Zentrum von Zürich. Was präsentiert noch heute der Immo Anker? Wir sind in Oberengstringen, vor Ort von Zürich. Ein sehr beliebtes Gebiet mit sehr hoher Nachfrage. Der grösste Teil hier ist Wohneigentum, ungefähr 95%. Und zwar befinden wir uns hier bei einem Mehrfamiliehaus. Acht Parteien sind hier 1970 erbaut. Heisst noch die währschaftliche Bauin, Solidbau. Und natürlich grosse Vorzüge von früher. Grosse Räume, da hat man früher tatsächlich Wert darauf gelegt. Die Wohnung, die ich heute wieder präsentieren werde, ist vor knapp drei Jahren komplett erneuert worden. Sprich, wir haben die Vorzüge von einem Massivbau, grosse Räume, aber sämtliche Vorteile, Leute, die eine moderne Wohnung in der heutigen Zeit haben können, hier werden sämtliche Ansprüche erfüllt. Was erwartet nachher heute hier? Das schauen wir jetzt miteinander an. Bitte schön. So, what does it feel like? What does it feel like? What does it feel like? So, ich. Et voilà. Und jetzt sind wir hier in dieser wunderschönen 3,5 Zimmer Wohnung. 104 Quadratmeter. Und vor knapp drei Jahren ist sie komplett neu saniert und aufgebaut worden. Wir haben auf der einen Seite ein unglaublich smart and cleverer Grundriss, auf der linken Seite hier von mir haben wir den Wohn- und den Essbereich mit dem direkten Zugang zu der Terrasse. Und hier hinten haben wir den privaten Bereich, sprich zwei Schlafzimmer und eine schöne, moderne, nasse Zone. Die ganze Wohnung hier besticht und zwar, mit dem edlen, schönen Eichen, Parkett Boden. Wir haben in der ganzen Wohnung unser Spotlight, dann die indirekte Beleuchtung vom Fenster und Leute, bevor sie jetzt zum vorderen Teil gehen, sprich im Wohnbereich, wo absolut ein Augenschmaus ist und jeder Anspruch hier mit Abstand perfekt befriedigt, schauen wir jetzt hier unseren privaten Bereich an. Bitteschön. Spancier AG So Leute, ich bin überzeugt, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Den privaten Bereich haben wir angeschaut. Jetzt kommen wir zum Wohnbereich. Hier haben wir die zweite Nasszone, sprich unser Gäste-WC. Und auch hier selbstverständlich wie hinten mit Klosomat versehen. Schönes, modernes, klassisches Design. So Leute, jetzt komme ich zu diesem gross angekündigten Wohnbereich. Und auch hier, wie ihr seht, er ist offen, er ist gross, er ist hell. Durch die gross angelegte Fensterfront, extrem leicht erflutet. Durch die Hanglage, die wir hier haben, haben wir einen unglaublich schönen weiten Blick. Die indirekte Dächenbeleuchtung mit der runter gesetzten Deschi mit der Spotlight drin, sorgen für ein wirklich stilvolles Ambiente. Und jetzt gehen wir in unseren Essbereich. Den direkten Zugang zu den Terrassen komme ich dann darauf. Jetzt sind wir im Essbereich. Auch hier genügend Platz für mit der Familie oder den Freunden zu brunchen, zu nachts essen, zu dinieren und einfach gut zu haben. Und jetzt zum Highlight. Unser absolute Highlight hier ist die Küche. Und zwar, da hier ist vorher eine Wand gewesen, die hat man rausgebrochen. Man hat eine schöne, offene, moderne Küche gemacht, die jedem Koch sein Herz definitiv schneller und höher lassen lassen lassen. Wir haben hier Nero d'Avelo, Granitplatte, Depagnaki Induktion. Leute, so zu kochen ist ein absoluter Traum. Der Dampfabzug, der ebenfalls im schönen klassischen Design herkommt. Auch hier haben wir die indirekte Beleuchtung, die ein super Ambiente gibt. Dann haben wir Gerätschaften vollzug. Und zwar haben wir Backofen und Steamer. Wir haben Weichühlschrank ebenfalls vollzug. Wir haben genügend Stauraum überall. Abwaschmaschine ist ebenfalls neu und vom Fallzug. Und wenn man ein Mineral möchte, ein Eiskalz, kein Problem, ist gegeben. Blätterliwasser, Sprudel ebenfalls. Und wenn heisses Wasser für einen Tee brauchst, drückst du hier drauf. Und auch das hier werden die Wunsche erfüllt. So Leute, jetzt kommen wir auf unsere Terrasse. Und zwar 14 Quadratmeter gross, elektrische Storen. Steinplatten im Holzdesign. Mit dem Vorteil, sie heizen nicht so hoch, dass man sich die Füsse verbrennt. Und wir haben einen wunderschönen Weitblick. Leute, zusammenfassend heisst das. Wir sind hier in Oberengstring. Vor Ort von Zürich. 10 Minuten von der Stadt Zürich entfernt. Schönes, ruhiges Ambiente. Super Nachbarschaft. Wir haben Einkaufsmöglichkeiten, Schulen. Alles zusammen direkt hier vor Ort. Eine wunderschöne 3,5 Zimmer, neue renovierte 3,5 Zimmerwohnung mit 104 Quadratmeter Wohnfläche. Mein Name ist Anker. Saschenmark Anker. Und Leute, ich freue mich, das Objekt euch persönlich vorzustellen. Mit diesen Worten. Ihr wisst es. Nicht vergessen. Eines Anker. Immer Anker. Liebe Leute. Bis gleich. Liebe Leute. Liebe Leute. Liebe Leute. Sudes. Alle Zutaten. 5 Uhr. 2. 3.